Yo Leute, willkommen hier auf meinem Channel. Ich geh runter, du Kriegster. Yes, yes, yes. Ich nehm'n Fall echt aufgehört. Herzlichen Glückwunsch. Glaubt mal fast nicht. Ich hab' gerade lange drüber nachgedacht. Sehr, sehr lange. Bin zu dem Entschluss gekommen, dass du ein Hurensohn bist. Also ich brauch' mit ihr Pickaxe, okay? Ja. Hier, Chris, du kannst dich schon mal hier erstellen. Hier, verzaube dich schon mal. Aber du hast mir Level übrig. Hier sind Level. Was? Voll? Ja. Nice. Danke. So nice, nice, nice. Jetzt noch immer die 90. Wipes. Ich hab' noch die restlichen Wipes. Ich hab' noch die restlichen Dias ab. Okay. Ich glaub' es leckt. Bisschen. Schau' mal noch. Wo bist du hier, Chris? Kann dir noch große Lisk nicht mehr geben? Ja, die habe ich jetzt nur noch drei. Das bringt mir mal nix. Fahr' noch schnell links. Für uns. Oh, die Map ist ja richtig scheiße. Da müssen wir wieder so weit bauen, bis wir bei dem Gegner sind. Dann fang' schon mal an. Ja, echt, oder? Ja, ich baue hier lang. Ich hab' fast... Wieso haben die Grasfette? Wieso haben die Grasfette? Weiß ich's könne. Keine Ahnung. Oh, da riech' sich knacken. Du riech' dich belastend. Nein, nicht hochbauen. Lass uns hier unten zu lieb'n Kampf machen. Oder bau' dich hoch und angel' sie runter. Achtung, erster. Zweiter. Haha, tschüssi. Tschüssi. Ja, nein, das schafft er nicht mehr. Nein, nein, lass direkt zu denen, oder? Nein, scheiß egal. Hey, hier ist das Kit für die Grasfette. Vielleicht das Gras-Kit? Was soll das bringen, das Gras-Kit? Keine Ahnung. Marihuana? Ich glaub' ich auch, und noch Diasen. Ne, die haben schon abgeraten. Einen, die haben die vorhin. Und du bist das die Ehre, Diaschuh zu kriegen, wenn du möchtest? Yes, please. Weil du bist der hast ja kaum Rüstungbeschüchsler. Wegen am Kraft im KB, ey. Mir fehlen zwei Rüstungspunkte. Was? Mir fehlen zwei Rüstungspunkte. Was? Mir fehlen zweieinhalb? Ja. Komm halt hoch, du lebst ja aus den Kosten von mir. Du bist in meinem Rucksack. Du bist in meinem Rucksack, Alter. Geht Rucksack. Weiß ja, was es bedeutet für Rucksack. Ne. Du auch nicht, oder? Doch, es bedeutet halt so viel, wie ob du halt, wie ob ich nur gut bin und du halt schlecht bist. Und du das halt wegen, sozusagen in meinem Rucksack geht. Ich schau, ob wir noch ohne Tier sind. Verstehst du, dass ich dich halt in meinem Rucksack mal mitschleppen muss. Dass du mehr aufhörst, als ich. Seh ich genauso. Gibst du mir, soll ich dir die 5 Euro nach der Aufnahme oder vor der Aufnahme gehen? Ach stimmt, du nimmst ja auch. Hab ich schon vergessen. Äh, ich crafte mir nix. Doch. Ne. War lieber die Diamanten. Du hast jetzt einfach nur nix gemacht, wenn ich das mache, oder wie? Ne. Ach doch. Nice, nice, nice. Noch immer die nixesten Vibes. Noch immer so nice, dass es keiner begreift. Esa... Ni... 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 Eigentlich ist das Lied echt schlecht. Ja, das... ganz... Ja, die sind einfach schlecht, aber es ist einfach so... 3x den Lied mit Adam ist scheiße. Aminagi Kudum. Aminagi Kudum. Alles... Eisenfrust? Kommst du? Ja. Das hast du schon mal den Asozialen gesehen? Ich sehe jeden Tag einen Asozialen. Das war dich. Echt? In deiner Arbeit oder wie? Wollte ich auch grad sagen, aber dann hab ich mir gedacht, ne, eigentlich sind die Leute in meiner Arbeit. Gib mir mal was zu essen. Ich hab eigentlich gerade zur Provokation einfach gesagt, also den Namen von deiner Arbeit, damit du cutten musst. Ne. Ne. Ich weiß ganz genau... Jetzt sag doch! Gib mir doch was zu essen, ich bin fast tot. Ja. Ich hab jetzt noch 2 Kuchen mehr zu essen hab ich auch nicht mehr. Ja, es reicht jetzt erstmal zum Regenerieren. Ja, verliert ja nicht so viel Leben ein Stück Scheiße. Leben noch 8 Kuchen, ich hab noch 0 Kilze. Ich hab 2 Kilze. Kilze oder Kilze? Kilze. Kilze. Sitz, sitz, sitz. Ach, da ist einer! Junge! Hier ist einer! Hier oben auf dem Baum! Hä? Ich bin down. Ich dachte, das bist du! Wie dumm bin ich? Ich bin dem Spieler so voll hinterher gelaufen, gell, dann stand ich neben ihm fast so... so... und guck ihn so an. Er guckt mich so an und er schlägt mich halt. Hä? Wieso sind wir so dumm? Ich hab den gar nicht gesehen. Hä? Ich dachte halt, das bist du, gell? Und hab mich halt gewundert, wie krass du bist, dass du mich überholst. Und dann schon so voll edel auf den Baum gesprungen. Und ich bin dir halt hinterher gesprungen, hab mir nichts gedacht. Auf einmal schlägst du mich, gell? Denk ich mir, hey, was geht jetzt ab? Ja, das war ich ja nicht. Wieso sagst du, dass ich das war, obwohl ich das nicht war? Hä? Keine Ahnung. Eception. Hä? Hä? Wie, wie? Aber ich bin auch über den Baum geklettert und hatte nicht so viel. Das ist auch komisch, gell? Dann hätten wir übelst natzen können, wenn wir zu sein. Ja, voll dumm. Ja, wegen dir halt. Ne, alles wegen dir. Weil du nicht gesagt hast, da ist einer. Genau, weil du nicht gesagt hast, da ist einer. Schreib mal den Titel, Dead Adam ist scheiße und dich im TGB-Klan. Krass ist, soll ich so schreiben, krass ist das Battle zwischen TGB und Dead Adam. Extrem. Wer ist der bessere Cloud-Rapper? Extrem mit Bestrafung. Ähm. Nein, nein. Äh. Die wahre Identität. Das ApoRats. Keine Ahnung. ApoRat laut. Das will jeden hinter mir raus, wenn du nichts nimmst im Haus. Eigentlich sollte ich das rausschneiden, das war gerade einfach zu schade für das Video. Bis jetzt war es noch gut und dann ab dem Moment, wo ich das gesagt habe, war es schlechter. Ich glaube hinter dir raus, gell? Ja. Ist okay, du Hurensohn. Instant keine Wache. Und du? Instant eine Hose. Mehr nicht. Alter, ich habe einen Kompass, zwei Pfeile, ein Gold und ein Essig. Feuerzeug? Ich kann mit einem Stick jemanden töten. Ich habe eine Axt. Du willst von innen die gleiche Pflicht? Komm runter. Komm. Ne, wir haben die bessere Pflicht. Vorsicht, Vorsicht. Ne, noch, doch noch nicht. Ich bin down. Ja, nein. Er hat einen. Fuck. Okay, QSG weiter. Was? QSG weiter. Schnell, schnell, schnell. Ja, QSG ist jetzt auch vorbei. Ja, ist ja auch gerade aufgefallen. Lass mehr QSG spielen. Da sind wir schlechter. Ne, lass uns das spielen. QSG, da kamen zwar immer mal wieder geile Runden, aber da ist es am Anfang so oft, dass man einfach stirbt, wenn man nichts findet, bis wir uns mal treffen und so. Ja, bei QSG trifft man sich auch eigentlich nie. Nein, das ist unser Men Cutten, nur die coolen Hunden rein. Und hier ist es halt genauso. Ja, ja. Sehe ich genauso. Ich weiß schon ganz genau so. Kennst du dieses Gefühl? Kennst du dieses Gefühl, wenn du so ein Video rausbringst und immer schon ganz genau vorher weißt, was in den Kommentaren drin steht? Hast du es gehört, was ich gesagt habe? Nee, hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, ich habe gehört... Ja, ganz selten. Also ich verfolge den nicht wirklich. Weil der sagt immer, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt mal Hashtag bum 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 in die Kommentare. Das mache ich nicht. Aber Luca, kennst du das, kennst du das, wenn so bekannte YouTuber sagen so, jo bla bla, ich weiß jetzt schon wieder ganz genau, was ihr in die Kommentare schreibt? Das können wir auch sagen. Ich weiß auch ganz genau, was ihr in die Kommentare schreibt. Nix. Ja, weil du sagst... Ja, weil kein großer YouTuber sagt, ob ich weiß, was ihr in die Kommentare schreibt. Ich kann mir insgesamt ein Eisenschwert treffen. Ja, nice. Alter, mach schnell. Mach schnell. Ich habe kein Schwert. Hast du ein Schwert für mich? Ja. Wo bist du? Neben dir, hinter dir. Komm. Hier ist eine Eisenbrust. Hier ist eine Eisenbrust. Ich brauche die Brust. Irgendwann Schlätzchen, aber nicht töten lassen. Booster. 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 Erster Kill. Ich lasse mir die Schuhe schoffen, weil ich sie nicht brauche. Die Eisenbrust. Nimm die Drohnen mit. Ich kann den easy-bracken. Ich habe ein Eisenschwert. Und der hat aber eine Eisenbrust für mich vor mir. Dann ist die Eisenbrust für mich geiler. Booster. Du hast eine Eisenbrust. Ja, boost mich. Ich sage ja, wenn du eine Eisenbrust für mich geiler hast. Hey, erst soll ich die Dinger mitnehmen und dann soll ich dich boosten? Hä? Ja, entspann ich mich mit dem Pool mit. Ich laufe. Weil er lockt mich zu den anderen Gegnern. Ich bin wieder in der Mitte. Komm mal wieder in die Mitte. So das kann. Bei mir ist der andere einfach abstoff. Er hat noch einen Hit und er ist down. Sag ich. Ja, er will mich zu seinem anderen locken. Ich brauche jetzt einen Support, das ist vielleicht down. Wo bist du? Ich habe ihn getötet. Der andere geht. Ne, der andere. Komm. Ich habe ihn getötet. Alles easy. Gehen jetzt? Auf dem in der Mitte? Hast du ein Deer? Nein. Und ein Stick? Hinter uns, hinter uns. Boostung? Ich habe nicht so viel Rüstung. Ich halte nicht so viel aus. Ja, ich booste dich immer nur mit der Faust. Ich meine nicht wegen der Schlamm. Achtung, hinter dir! Ja, instant down. Oh Alter, wie viel Schaden der macht, wenn man keine Rüstung hat mit mir. Nicht mehr normal. Du wirst gleich von hinten weggekriegt. Ja. Fuck, Alter. Das ist nicht mehr normal, wenn man nicht eine Rüstung hat, ist man instant. Deines Futter. Er ist ja richtig ätzend, Alter. Aber es war eigentlich ein ganz geiler Start. Weil wir haben normalerweise bei normalen SG haben wir eigentlich immer gar keine Rüstung. War eigentlich echt ganz geil, ne? Ja. Ja, fand ich auch. Ich habe mir halt so überlegen gefühlt. Aber dann auf einmal kamen solche... Weißt du, am Spawn wurde instant eine Truhe, wurde überhaupt nicht angelangt. Die eine. Alle haben sich mit mir um die eine gestritten. Der war nicht mal zu schwer drin. Da war nur dieser eine Eisen drin, was ich halt rausgekriege. Das war nur scheiße. Die andere so hat ja keiner angelaunt. Aber was du für Glück haben musst, ist zwei Eisen und... Und nun stickt's. Meine Hose sieht aus wie so'n... Ah, das sieht einfach komisch aus. Und ich habe das Gefühl, soll das ein Penis sein? Was, dein Gesicht? Nee, mein Gesicht ist kein Penis. Wuiu, Mann! Sonder, was ist sonst dein Gesicht? Ich bin rausgeflogen. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Unser Lieblingsmet Endmet, wo wir mal so krass abgehen, ja? Ich wende auf den Form, da waren locker so 1000 Leute in YouTuber ranken. Glaubst du? Nee. Ich glaub locker 500. Nein, ich glaub mehr. Glaubst du, wie viele aktive Spieler auf diesem Server sind, Alter? Locker 10.000. Ja, bei YouTuber... Um YouTuber ranken zu kriegen, brauchst du... Oh, 10.000. Ja, eben. Glaubst du, das haben so viele 10.000 Abonnenten? Hä, nein. Hä, ich hab nicht gesagt 10.000. Das hast du gesagt. Halt die Fresse. 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 Halt du siehst, einer vom Gomel Team, wir promoten einen Server kostenlos, wären wir dafür YouTuber ranken oder Premium. Ich bin lebenslänglich. Nee, auf dem scheiß Server will ich nichts haben, Alter. Ja. Halt nur die Schnauze. Wir gehen erst unsere eigenen Proben, dann sehen wir ihn mit und dann... Komme HD, wenn ihr das Video seht, dann gebt uns mal YouTuber-Rang auf YouTube. Treff uns dann in der Mitte und schauen, wo wir rauslaufen. Ja, mein nackiges Video. Du zu tun, unter dir auf jeden Fall. Ja. Nee, ich luchte sie nicht, bei mir war nur Scheiße drin. Ich hab halt noch keine einzige Waffe. Okay, hinter mir weg, oder? Ja, von mir aus. Ich hab halt keine Waffe, oder? Ja, ich hab halt nur ein Schwert. Mehr nicht. Ja, das ist scheißegal, weg. Jump'n'Run, nein? Nein. Schlechte Erinnerungen? Pustung? Immer noch keine Waffe. Ich geh da hoch zum Regenbogen, komm zum Regenbogen, bitte. Wir dürfen sich noch nicht trennen, wo wir noch keine Waffen haben. Mach keine Ego. Hab ne Waffe für dich. Hier. Ja, komm mit hoch. Komm mit hoch. Nein, komm runter, die haben doch viel bessere Hitpushen. Jetzt bin ich gleich down. Hier ist deine Waffe. Ja, jetzt bin ich down, Alter. Ja, du bist ja auch selber schuld, wenn ich sag, geh mit mir auf den Regenbogen und ich hochlaufe und du erst woanders hin gehst, bist du selber schuld für Spaß. Ich hab erst gesagt, lass uns, komm mit hoch auf den Regenbogen, wir dürfen uns jetzt nicht mehr trennen, das ist zu gefährlich. Und was machst du? Du gehst erst woanders hin. Nein, Lukan, die Waffen, die hab ich hinter dir gefunden, die Truhe war hinter dir. Ja, und ich hab gesagt, wir gehen hoch auf den Regenbogen. Ich bin hochgekommen, eine Treppenstufe und hab dann geschrien, Lukan, da kommen welche, du Bastard, Alter. Ja, und dann hab ich mich umgedreht und hab dir geholfen. Ja, ich hab auch nicht gesagt, dass du schuld bist, ich hab gesagt, das ist dumm, da herauf zu gehen. Nein, ich sag du, aber ich sag, du bist schuld. Hä, aber es ergibt ja gar keinen Sinn, ich bin ja auch nicht schuld. Ja, aber wenn du unten schuld wärst. Wenn dann jemand schuld wär, wenn jemand schuld wär, wäre es das, du. Nein, du. Doch, nein, eigentlich ist deine Mama schuld, dass sie dich überhaupt geboren hat. Nein, weil du hast mein Callout einfach nicht achtet. Ich hab gesagt, wir gehen hoch und du versuchst, wenn du eben damit hochgekommen wärst. Ich seh mich nicht schuldig, Alter. Ich sag nichts mehr ohne meinen Anwalt. Ohne meinen Anwalt sag ich nichts, heißt das für Spaß. Aber auf NMAP läuft da uns immer so gut, ja. Ja, richtig, Alter. Ich glaub, da haben wir noch nie gewonnen. Wir spielen sie nochmal, Gerdine. Oh, scheiße. Schlechtes Omen. Ich hab diese Map voll geliebt früher, aber ich war immer so scheiße. Ich auch. Aber wir sind halt zu kurz und kacken. Ich bin mit dem Facebook, da haben wir jetzt mehr Bock drauf. Ich bin richtig müde. Kennst du das, wenn deine Augen schon wehtun von Müdigkeit? Ja. Ja. Ich beginne es dann auch, weil du das Wettel schwingst da. Ja, ja. Jetzt wir laufen hinter dir links dann raus später, ja. Aber erst wenn, äh, Overwatch fertig ist. Wieso? Ich installier mir gerade Overwatch. Für was? Das ist so langweilig. Zum Zocken. So saulangweilig. Weiß ich nicht. Dann stelst du's an Insel, oder? Ja, aber nur so ein Game oder so. Wo bist du? Hinter dir weg. Komm, komm, komm. Ja? Ja? Was dachte ich jetzt? Ich hab wieder keine Waffe. Ich auch nicht. Komm. Ich hab only ein Feuerzeug. Ist schon leer. Recht. Wir müssen da hoch. Da kommt einer hinter uns. Hunted uns. Hunted uns. Hunted uns. Hunted uns. Hunted uns. Hunted uns. Wir haben einen Auerab, von dem ich mir die Waffe und schl touristisch. Fuck, Alter. Hier ist... Nein, ohne war ne Waffe sogar drinnen. Komm. Ich bin fast down. Ich auch. Er bogst mich. Ein halbes Herz. Alter. Er hunted mich. Er, er hunted dich. Alter, weg, weg, weg. Jetzt hunted er mich. Jetzt bin ich down. Ja. Ich hab ihn einfach mit der Faust schlagen wollen. Fuck, Alter. Ja, verkackt. Man, wieso... Diese Map ist wirklich... Wenn Endmap wird, dann wissen wir eigentlich schon, dass wir keine Chance haben. Wir sind einfach unter den ersten 16 Spielern, die gestorben sind. Von 20. Ich verstehe nicht, wie wir so schlecht sind. Auf Endmap... Ja. Ich mein, wir haben immer so Pech. Wir haben immer nur schlechte Sachen und so. Aber auf Endmap... Das ist am Krassesten. Und auf Murmulti Games hab ich auch immer das Gefühl. Ja, auf Murmulti Games haben wir auch immer Scheiße, ne? Obwohl die Map eigentlich auch geil ist. Nur auf Survival Games 4, da haben wir nicht so ein Pech. Ja, aber das liegt auch daran, dass Survival Games 4 halt einfach übel im Plan haben, welche Route und so. Ja, sehe ich auch so amnestikaniert. Geistens könnt ihr euch noch an die schönen alten guten Zeiten erinnern, da wo Lucan und ich das Projekt Lucan und Christ gegen den Rest der Welt gemacht haben. Und wie hieß das? Ja, auf Endmap hinter dir... Delta, oder? Christ hinter dir links weg. Delta hieß das. Oh, der Delta, das war ja auch so schlecht, Alter. Keiner hat es durchgeblickt, glaub ich. Nicht mal er selber. Null getreckt, Alter. Und vor allem, wir waren so schlecht damals, dass wir verfehlen, denn du die Kiste recht, ich hab ihn schon gerade aus. Hinter uns weg, gell? Hinter uns? Hinter dir. Instant keine Waffe. Ja, wir müssen jetzt instill hoch, weil wenn der jetzt eine Waffe hat, sind wir instill gefickt. Komm hier lang, raus, 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 hinter dir raus, hinter dir raus. Ich hab den jetzt nicht geschlagen, ich hab den fast tot. Ja, er hat eine Waffe. Nein! Ja, ja, geh in eine neue Runde. Ja, Endmap, jetzt komm hier. Nein! Wir spielen jetzt so lange Endmap, bis wir gewinnen, oder? Alter, wir sind doch hier nüt. Hals, Maul. Hat jemand in die Kommentare geschrieben? Mach mal einen Livestream. Hab ich schon überlegt. Wirst du mitgucken, oder? Nee, einfach damit vielleicht... haben wir Glück, und zufällig sieht uns der Kronk, oder so, und schickt deine ganzen Videos zu uns rüber. Ja, ganz bestimmt. Nein, nein. Oder vielleicht auch, start mal ins Spiel, weil wir müssen so sau sympathisch wirken. Wir sind sau sympathisch. Ja, aber auch für andere Leute, außer auch für... Nein. Ich bin Kronk. Ja. Das macht dich sympathisch, Junge. Ich hab jetzt in den Chat geschrieben, ich bin Kronk. Toll. Die Opfer, Alter. Bist du so ein Opfer? Chris, wir laufen in die Mitte, und dann hinter... Hinter... Keine Ahnung, wir sehen uns dann in die Mitte, oder bist du... Hinter dir links weg. Nein! Was denn? Nein! Was denn? Fuck. Scheiße. Jetzt ist dir auf... Egal. Scheiße auf die Aufnahme. Heißt eher auf die Gesicht von deiner Mama. Nein! Jetzt geht mit voller Lautstärke. Ich hab zwei Pferde. Komm, komm, du Ruhest. Ja. Das ist jetzt Rimmel in der Herzen laufen, oder? Nein. Ja. Einem hier hinten. Pass. Hinter mir ist gerade keiner. Drop, drop, drop. Nice. Komm, lass uns den Schnetzeln gehen. Ja, haha. Hinter dir hin. Ich hab mein einziges Rüstung. Ach, ich dachte. Ich brauch die Hose, ich versuch sie mir. Hose? Hab ich nicht. Achso. Ich hab ihn dir gegeben. Nein, nein, nein. Die Hose, die Hose, die Hose, die Hose. Die Hose, die Hose, die Hose. Boostung. Vom Gegner hin und nicht vom Gegner weg. Gar nicht gewusstet. Passt 8, 8, 8, 1, 8, 1. Wenn du den Hose, die Hose. Vorsicht! Wenn du, wenn du gut down bist. Oh, ich fall in die Lava. Kann ich dich irgendwie retten? Ja, nee. Er schlägt mich. Weg, weg, weg. Instant Einschlag und down. Hä? Saukomisch, ja. Ich bin auch down. Wenn ich nicht in die Lava gefallen wäre, hätten wir den Instant genutzt, Alter. Alter, krank. Crazy shit. Ich bin normal Endless. Nein. Nach der Runde hören wir auf. Ja. Nein. Wenn der mich nicht in die Lava geboxt hätte, mit seinem Übernacht-Bag, hätten wir den genutzt, Alter. Dann wären wir sau gut. Ich glaube, ich tue das Video direkt online stellen. Ja, sau witzig. Ja, bisher finde ich es halt echt witzig. Ich auch. Aber es ist halt keiner sonst witzig. Ja, weil es niemand anschaut. Richtig witzig, Alter. Ich schau mir aber deine Videos schau ich mir immer an. Ja, ich schau mir deine Videos nur an, wenn sie so maximal 15 Minuten oder so sind. Hast du die ganzen Folgen von Dings angeguckt? Nee, ne? Von was? Die ganzen Folgen, was ich mal gebracht habe. Jeden Tag. Nee, die nicht. Ich glaube, die hat sich wirklich halt niemand angeschaut, aber es war witzig. Ja, die haben ja auch zum Teil keine Aufrufe. Wir treffen uns in der Mitte. Oder lauf mal gegenüber, weil ich könnte hier direkt ein Tor von Dings und die Tor nebenan. Weil das ist Handborn. Ja, ich habe gar nichts. Ist jetzt so gut. Bist du? Lauf weg, lauf weg. Ich habe gar nichts. Ja, komm. Hast du eine Waffe? Ja. Den hier hinten, den töten wir gleich. Hier bleiben. Ich habe gar nichts. Ja, aber den können wir gleich töten und dann haben wir seinen Schwert. Nein, aber nicht mal, wenn wir in der Mitte sind, sind wir in den nächsten, die sterben. Das ist so voll hilflos. Töte den hier mit der Faust. Hä? Das war safe, ein Hacker. In der Mitte ist ein Hacker, Lukan. In der Mitte war ein 1 zu 1 Hacker. Ich habe den gehittet und der hat sich einfach hingestellt in die Lava und hat mich angeguckt. Was für ein Spaß ist das bitte? Es war wieder so klar, dass wenn wir so spielen, dass es einfach... Ja, okay. Survival Games 4, Alter. My lovely. Die Runde, die wäre locker geil gewesen. Alter, der eine, der hätte mich umdrehen können mit drei Schlägen. Wetten, jetzt fliegen wir raus. Wetten, wir fliegen raus. Ich habe ihn bis auf ein halbes Herz runtergeboxt und dann habe ich gefötet noch. Okay, es kommen keine Spieler ins Game. Hm. Wetten, da kommen jetzt dann welche und dann werden wir rausgekickt, die wir so lange gewartet haben. Das, immer so, immer so ist das. Echt? Richtige Abfrag. Stinkender Knecht, wer haltet das? Was laberst du? Stinkender Knecht, hä? Was laberst du? Hä, hä, hä? Du stinkender Knecht, was laberst du? Hä, 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 hä? Du stinkender Knecht, was laberst du? Hä, 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 hä? Du stinkender Knecht, was laberst du? Hä, 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 hä? Du stinkender Knecht, was laberst du? Hä, 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 hä? Du stinkender Knecht, was laberst du? Hä, 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 hä? Du stinkender Knecht, was laberst du? Hä, 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 hä? Du stinkender Knecht, rausgeflogen also meine Freunde ich beende an der Stelle die Folge Ciao